Der Newsflash Porsche präsentiert die dritte Generation des Cayenne. Das Erfolgsmodell des Stuttgarter Sportwagenherstellers geht als komplette Neuentwicklung an den Start. Es vereint künftig noch mehr Porsche-typische Performance mit noch mehr Alltagstauglichkeit. Leistungsstarke Turbomotoren, ein neues Achtgang Tiptronic S-Getriebe, neue Fahrwerkssysteme und ein innovatives Anzeige- und Bedienkonzept werden versprochen. Umfassende Konnektivität soll die Spreizung zwischen Sport und Komfort erweitern. Zum Marktstart stehen zwei neu entwickelte Sechszylindermotoren zur Wahl. Ein 340 PS starkes 3 Liter Turboaggregat und ein 2,9 Liter V6-Biturbomotor mit 440 PS für den Cayenne S. Mit dem optionalen Sport-Chrono-Paket ausgestattet, beschleunigt der neue Cayenne S aus dem Stand in unter 5 Sekunden auf 100 kmh.